Willkommen zum Lernfoto Podcast, Episode 2. Heute möchte ich über die Reisefotografie reden, wie ich mich vorbereite, worauf ich achte und natürlich, was ich mitnehme. Willkommen zum Lernfoto Podcast, der Podcast für alle Fotografieinteressierten. Mein Name ist Paul Kondocci, ich bin dein Host und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Der Lernfoto Podcast, heute zur zweiten Episode. Zu allererst danke, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt am Anfang ist alles noch recht frisch und da freut man sich natürlich, wenn man den ein oder anderen Zuhörer hier im Podcast hat und das macht die ganze Sache natürlich noch ein bisschen spaßiger. So, für alle, die zum ersten Mal zuhören, den Lernfoto Podcast gibt es jeden Samstag entweder auf Soundcloud oder auf YouTube in Video-Version. Die Leute, die ihn gerade auf YouTube anschauen, nicht wundern, wenn irgendwann mal das Bild verschwindet, denn meine Kamera geht nach circa 10 Minuten aus und da ich momentan noch alleine bin, kann ich nicht aufstehen, um es wieder anzuschalten, weil das den Podcast stören würde. Also, lasst uns jetzt mal gleich hier in das Thema tauchen. Reisefotografie. Reisefotografie. Was ist Reisefotografie? Ich unterteile die Reisefotografie in zwei Arten. Entweder Urlaubsreisefotografie oder Reisefotografie, wo man tatsächlich aus dem Grund Fotos zu machen, in den Urlaub fährt bzw. einfach wegfährt. Und je nachdem, wie wichtig das einem ist, kann man natürlich entweder mehr Aufwand betreiben oder ein bisschen weniger. Das, was wir heute hier besprechen werden, ist für beide relevant. Aber man kann natürlich für sich persönlich schauen, okay, wie würde ich das dann machen oder was kann ich für mich übernehmen. So, bevor die Reise überhaupt losgeht, muss man sich natürlich fragen, wo soll es hingehen? Und ich persönlich finde meine Inspiration ganz oft, ja, wie so naheliegend auf Instagram, Facebook, da, wo die coolen Reisefotos sind, da, wo die coolen Landschaftsfotos sind. Und da schreiben die Leute ja meistens dazu, wo das war. Und so kann man natürlich neue Orte finden, zu denen man reisen könnte. Weitere Option ist einfach, wenn man Freunde fragt, die schon viel am Reisen sind oder schon in Orten waren. Und selbst wenn man schon reisen war, bekommt man so viel Inspiration von den Leuten unterwegs, die man beim Reisen trifft, dass man dann 100 Reiseziele hat. So ist es bei mir momentan vor circa zwei Monaten oder mittlerweile schon vier Monaten war ich in Peru. Und dort habe ich so viele neue Leute kennengelernt aus verschiedenen Orten, auch Reisende. Die eine war in Peru, die eine war in Mexiko, dann war sie irgendwo in Brasilien und in so vielen verschiedenen Orten und hat mir dann von diesen Orten erzählt. Und dann war es für mich so, puh, gleich wieder 200 neue Reiseziele momentan. Und ja, gibt es einiges zum Abklappern. Wenn man dann den richtigen Ort gefunden hat, dann sollte man sich vorbereiten, indem man Recherche betreibt. Entweder man fragt Freunde, die schon an diesem Ort waren, die Tipps geben können. Hey, geh da und dahin. Das ist ein cooler Ort. Das ist ein cooler Ort. Oder was mittlerweile sehr einfach geworden ist. Man fragt Locals. Man fragt Leute, die da tatsächlich wohnen, weil die natürlich am besten wissen, was es da so gibt. Und zum Beispiel über Instagram, Direct Messaging, Twitter, Facebook gibt es die Möglichkeit, die Leute so leicht zu erreichen, überall auf der Welt, dass man das unbedingt machen sollte. Weil diese Leute können einen wirklich super Tipps geben. Und so kann man sich natürlich hinrichten. Okay, das möchte ich machen. Das möchte ich machen. Natürlich kann man das auch nutzen, um dann rauszufinden, okay, wo sind die Spots, wo die ganzen Touristen sind, dass man da natürlich nicht hingeht, sondern sich was Neues sucht. Weil diese ganzen Touristen-Spots, die sind ja wahrscheinlich schon alle ausgelutscht und 500 Mal dasselbe Foto gemacht und dann sucht man sich vielleicht einen anderen Ort oder eine andere Perspektive an dieser Stelle, die eine Person kennt, die dort war. So, das habe ich auch schon oft überlegt bzw. erlebt, dass ich dann einen Tipp bekommen habe, okay, hier sind die ganzen Leute, aber wenn du ein bisschen weiter runter gehst, da ist so ein cooler Spot, den kennt eigentlich fast keiner und da machst du ein cooles Foto. Deswegen sollte man wirklich die Leute, die dort leben, einfach mal anschreiben. Das ist ganz einfach heutzutage. Gut, wenn wir diese Recherche betrieben haben, wie dem auch sei, mit Google Leute gefragt, Freunde gefragt, dann ist natürlich die Frage, geht es weiter mit, wie, was nehme ich mit, wie bereite ich meine Tasche vor, meine Reisetasche, was soll da alles rein. Und die allererste Frage ist natürlich, was für eine Kamera nehme ich mit, ganz klar. Entweder man nimmt einfach nur sein Handy mit, was heutzutage fast gar nicht mal so abwegig ist, weil die Handys total gute Qualitäten haben teilweise, aber wenn man darüber nachdenkt, die Bilder später eventuell noch größer zu drucken, sollte man vielleicht doch, ja, eine Spiegelreflexkamera nehmen, weil die dann doch gut und besser von der Qualität her ist. Ich habe momentan die Canon 5D Mark II, die habe ich zweimal als Backup, denn bei mir ist es einfach so, dass ich oft einfach tatsächlich reisen gehe, um Fotos zu machen. Das ist der Hauptgrund, warum ich reisen gehe. Natürlich die Erlebnisse, die Leute kennenzulernen, aber nicht nur einfach Urlaub machen, wo ich mich jetzt irgendwie an den Strand lege und dort die ganze Zeit warte oder ja, keine Ahnung, sondern ich bewege mich gerne und gehe dann wirklich für die Fotos in dieses Land oder zu diesem Ort. Und da wäre es richtig ärgerlich, wenn die Kamera ausfällt und ich keine Ersatzkamera habe. Deswegen trage ich noch einen zweiten Body mit mir rum. Wie gesagt, das ist einmal, zweimal die 5D Mark II und das stört mich gar nicht, weil ich weiß, hey, im Fall der Fälle ist alles in Ordnung. Habe ich noch nie gebraucht, ganz ehrlich gesagt, habe ich noch nie gebraucht und hatte die Last dann immer dabei. Aber trotzdem geht es mir damit besser, diesen Backup zu haben. Als nächstes ist die Frage, welche Objektive sollte man mitnehmen? Was ist ein ideales Objektiv oder welche Objektive sind ideal? Und Sinn macht es natürlich, dass man ein Objektiv nimmt, das eine relativ große Reichweite hat. von der Brennweite, von weit offen bis nah dran, Telefoto und ganz super Wide Angle. Aber das Problem mit solchen Objektiven ist, dass die dann oft einfach an Schärfe verlieren. Je weiter, je länger das Objektiv ist, dieser Brennweitenbereich, desto unschärfer wird es. Das ist minimal, aber tatsächlich ist es so, wenn man eine Festbrennweite hat, die ist einfach top scharf. Aber sobald man Zoom hat, Zoome oder Zoom Objektive haben in der Regel immer einen kleinen Qualitätsverlust, was die Schärfe angeht. Aber nicht so schlimm. Wirklich, das sind für die, die ganz, ganz pingelig sind, ist es da ein Qualitätsverlust. Aber genau. Das Praktische ist halt, dass man dann nicht, keine Ahnung, fünf Objektive mitnehmen muss, die alle Festbrennweiten und alle einen bestimmten Brennweitenbereich abdecken. Nein, man hat dann alles in eine und so spricht eigentlich mehr für ein Zoom Objektiv. Das Zoom Objektiv, das ich momentan benutze, ist das 24 105er F4 von Canon. Und das ist ein L-Objektiv. Daher ist die Qualität auch trotz Zoom fantastisch. Und das kann ich absolut empfehlen zum Reisen. Das hat einfach eine super Qualität und ist top scharf. Trotzdem, dass es ein Zoom Objektiv ist, wie gesagt. Und es deckt einfach komplett verschiedene Bereiche ab. Also man kann entweder riesengroße Landschaften aufnehmen oder man kann Porträts machen mit den 105 mit dem Telefoto oder Tieraufnahmen, wenn man ein bisschen weiter weg steht. Und das deckt eigentlich alles ab. Und deswegen ist es ein top Reiseobjektiv. Und wenn ich mir eins aussuchen müsste, mit dem ich reise ohne irgendein anderes, dann wäre es auf jeden Fall das hier. Ich nehme aber am liebsten noch weitere mit. Zum einen ist es mein zweitliebstes, in dem Fall das 70-200er von Canon F2.8, was ja sehr preisspielig ist, muss ich ehrlich gestehen. Aber es lohnt sich absolut, wenn man öfters fotografiert, wenn man das regelmäßig macht. Und wenn man auch was dafür bekommt, wenn man Geld damit verdient, dann ist das ein absolutes Top Objektiv. Wenn man das jetzt vielleicht ein- oder zweimal im Jahr benutzt, dann ist es vielleicht eine zu teure Spielerei. Dann würde ich es absolut nicht empfehlen. Aber die 70-200 ist wunderbar. Da kann man echt hammermäßige Landschaften aufnehmen und auch Charakterportraits. Wenn man Street-Fotografie macht, von den Leuten etwas weiter weg stehen möchte, nicht direkt da, dann ist es super. Mit 200 kommt man so nah an die Leute ran, ohne dass sie es merken, dass man krass authentische Fotos machen kann. Und daher ist es auch immer, immer in meiner Tasche. Das habe ich jetzt seit dem letzten Jahr und habe das in Peru mitgenommen und war einfach, wow, das ist, das ist it. Oder this is it. Und also 24-105 und 70-200 und alles ist für mich abgedeckt. Aber wie gesagt, 24-105 ist auch schon mehr als genug. So, dann machen wir mal weiter. Akkus. Ganz klar, wir brauchen Akkus, eine Menge Akkus. Je nachdem, was man vorhat. Wenn man einen Hotelurlaub geplant hat, dann reicht vielleicht auch ein Akku oder ich würde mindestens zwei mitnehmen. Die kann man nämlich dann ja jeden Tag wieder aufladen oder jeden Abend neu aufladen. Aber wenn man länger unterwegs ist, beim Campen zum Beispiel, dann gibt es oft die Möglichkeit nicht, dass man Akkus aufladen kann. Vielleicht mit der Autobatterie oder so. Aber das ist auch nicht wirklich effizient. Deswegen empfehle ich da einfach nicht zu sparen und so viele Akkus zu haben wie möglich. Also vor meinem Islandurlaub letztes Jahr habe ich mir noch sechs extra Akkus gekauft, um sicher zu gehen. Weil ich wollte nichts verpassen und ich wusste nicht, wann werden wir wo sein. Wie wird die Möglichkeit sein, Akkus aufzuladen? Und echt, ich war mal kurz davor, den allerletzten Akku zu benutzen. Von diesen insgesamt dann sechs beziehungsweise sieben Akkus. Und ich war glücklich, dass ich die alle dabei hatte. Gewicht hin oder her, bei den Akkus ist es sowieso irrelevant, weil die nicht wirklich schwer sind. Aber es lohnt sich einfach gesichert zu sein. Es lohnt sich einfach gesichert zu sein und deswegen würde ich empfehlen, Hey, nehmt so viele Akkus mit, wie ihr da haben könnt und da nicht sparen. Nicht auf den Moment warten, wo der Akku einfach ausfällt. Und dann seht ihr diesen Mega Spot, diesen Mega Wasserfall, was im Island der Fall gewesen wäre. Und könnt das Foto nicht machen. Das wäre natürlich schade. Und dann merkt man auch, okay, beim nächsten Mal mache ich das vielleicht anders. Und genau, also an Akkus nicht sparen. Als nächstes Speicherkarten. Welche Speicherkarten nehme ich mit? Ich nehme schnelle Speicherkarten mit. Klasse 10 von, wie heißt die Marke jetzt nochmal? SanDisk habe ich viele. Und ja, hauptsächlich SanDisk. Und die sind super. SanDisk hat eine super Qualität. Die haben mich noch nie enttäuscht. Es sind nie Bilder irgendwie verloren gegangen. Und deswegen zähle ich auf diese Marke. Und die gibt es in Super, Super Extreme und Ultra. Und ich habe die Extreme Version, weil es schneller geht, um die Bilder auf den Computer zu übertragen. Mei, eine Ultra Version würde auch reichen. Je nachdem. Extreme ist halt teurer. Super Extreme sowieso. Sehr teuer. Und genau. Aber ja, wenn man nur Fotos macht, braucht man eigentlich keine schnelle Speicherkarte. Das ist eher fürs Videos machen relevant. Weil die Speicherkarte, ja, wenn du ein Foto machst, dann nimmt sie dir auf. Und man ist nicht kontinuierlich am klicken. Also wenn man anständige Fotos macht. Deswegen kann da auch eine normale Ultra Speicherkarte von SanDisk in diesem Fall auch schon absolut nützlich sein. Und da würde ich vorsichtig sein. Ich würde nicht hingehen und eine 128 GB Karte kaufen, weil da viel drauf passt. Das ist schon gut. Aber alle diese Bilder auf einer Karte zu haben, erhöht natürlich das Risiko, dass wenn man die Karte verliert oder irgendwie Wasser drauf kommt, die Karte kaputt geht. Gott bewahrt, dass das nicht passiert. Aber wenn es passiert und man hat die 128 GB voll, sind 128 GB an Erinnerungen einfach weg. Und das ist wirklich, wirklich doof, wenn das passiert. Deswegen würde ich empfehlen, dass man sich eher drei 32 GB Karten kauft. Weil 32 GB ist noch gut. Da muss man die Karte nicht ständig wechseln. Aber man hat dann auch nicht, wenn was passieren sollte, hat man auch nicht diesen Megaverlust. Dann hat man immer noch mehrere zum, hat man noch die anderen sozusagen. Ja, die anderen 64, die da über sind. Aber je nachdem, was man vorhat, kann man natürlich auch mehr als drei 32 GB Karten nehmen. Da nimmt man halt fünf mit oder so. Je nachdem, wie viel man knipsen möchte. Aber drei sind absolut genug, wie ich jetzt gelernt habe für mich. Aber da sollte man auch nicht sparen. An Qualität nicht sparen und auch an der Größe nicht übertreiben. Bei 32, das ist gut genug. 64 ist schon kritisch. Ich habe zwar eine 64, aber da wird mir auch schon immer mulmig, wenn ich dann die 64 Karte da voll habe. Dann verstecke ich sie und packe sie ein, sodass sie einfach vakuumverschlossen gesichert ist. Ja genau, weil das einfach eine Menge, Menge Erinnerungen sind. Und die sind natürlich wichtig und nicht wiederholbar. So, als nächstes würde ich über Stative reden. Und zwar sind Stative so eine Sache. Sie sind schwer oder sie können schwer sein. Oder man kauft sich ein Carbon-Stativ. Und viele Leute, das ist dann auch so eine Frage. Carbon-Stativ oder normales Alu-Stativ? Und vor meiner Island-Reise letztes Jahr im Herbst, September, also zu dieser Zeit ungefähr, bisschen später, habe ich auch diese Diskussion gehabt. So Carbon-Stativ, normales Stativ, Carbon-Stativ, normales Stativ. Und ich habe mich letzten Endes ganz ehrlich für das Normale entschieden. Weil das Normale einfach schwerer ist. Und es ist zwar schwerer zum Rumtragen, aber es hält auch einfach fester. Es steht einfach robuster da als ein Carbon-Stativ. Wenn da ein Windhauch kommt, dann schmeißt du das Carbon-Stativ um, weil es so leicht ist. Es ist zwar leicht zum Tragen, wunderbar. Aber wenn es dann auf das ankommt, was es eigentlich tun soll, und zwar stillstehen und statisch stehen, dann ist das Alu-Stativ natürlich einfach besser. Dann trage ich auch gerne diese paar mehr Kilo mit mir rum und bin dann glücklich, wenn mein Stativ einfach hält und dasteht. Deswegen da auch, ja, muss man natürlich für sich selbst schauen. Okay, halte ich das jetzt aus, die ganze Zeit so ein 6 Kilo Stativ mit mir rumzuschleppen? Oder will ich nur dieses 1 Kilo Stativ? Und dann ist es mir nicht so wichtig, Langzeitbelichtungen zu machen. Also wenn man Langzeitbelichtungen machen möchte, dann sollte man ein Gewicht sowieso nicht sparen. Weil jede einzelne Mini-Bewegung einfach das ganze Bild kaputt macht. Und da ist es, je schwerer das Stativ ist, kann man nur 20 Steine daran hängen oder 20 Kilo Steine an die Stange hängen, dass es stillsteht. Und wenn man aber jetzt nur drauf tut, um irgendwie ein gut belichtetes Foto zu machen und die gute Perspektive auszuwählen, dann ist vielleicht auch ein Carbon-Stativ in Ordnung. Aber ich habe selbst kein Carbon-Stativ, ich habe nur Alu-Stative und die haben sich bisher bewährt und die paar Kilo mehr. Kein Problem für mich. Genau. Aber man muss wie immer für sich selbst schauen. Zu den Stativen. Es gibt natürlich auch verschiedene Köpfe an Stativen. Je nachdem, ob man eine hochwertige Stative hat. Es gibt Stative, die haben den Kopf fest integriert, den kann man nicht wechseln. Aber bei den meisten Manfrotto-Stativen oder Gizzo-Stativen kann man den Kopf abnehmen. Und da habe ich jetzt mittlerweile einen Gizzo-Kugelkopf drauf, der einfach super flexibel ist. Du kannst die verrücktesten Winkel auswählen. Das ist wirklich der Hammer und das ist einfach das Praktische an einem Kugelkopf. Bei den Drei-Wege-Neigern ist es oft so, dass die einfach halt nur sich in drei Wege neigen. Und oft denkt man sich, wenn du jetzt einfach nur so dastehen könntest, dann wäre das für perfekte Winkel. Aber genau. Man muss halt schauen. Vielleicht will man auch gar nicht diese verrückten kreativen Winkel wählen. Oder diese verrückten Winkel-Tief ist ja schon auch so eine Sache, was man als kreativ sieht. Weil es gibt Leute, die machen dann so komische Sachen und denken, was machst du da? Und genau. Aber kann ich nur empfehlen einen Kugelkopf. Als nächstes. Was ganz oft vergessen wird. Reinigungssachen. Reinigungssachen. Ganz oft vergisst man es einfach. Ich weiß nicht warum, aber es ist so wichtig. Ich hatte schon mal die Situation, dass ich ein Foto machen wollte und es auch gemacht habe. Und später dann festgestellt habe, hey, da in der Mitte, da ist so ein komischer Fleck. Und schnell habe ich herausgefunden, dass das ein Sensor-Fleck ist. Beziehungsweise ein Sensor-Staubkorn war da drauf. Jetzt hatte ich das Glück, dass es mit der Kamerainternen Reinigungsfunktion weggegangen ist. Also man hat ja hinten in der Kamera die Möglichkeit zu drücken, Sensor reinigen, Sensor jetzt reinigen, Sensor manuell reinigen und dann nochmal irgendeine andere Option. Und wenn man Sensor reinigen macht, dann wackelt die Kamera bzw. wackelt der Sensor. Da kommt so eine Vibration, dass das alles abschütteln soll. Das passiert auch oft bei den Kernkameras, weiß ich es auf jeden Fall. Wenn du die Kamera ausmachst, dann kommt Sensorreinigung oder Kamera wird gereinigt oder so auf dem Anseige. Und da kommt diese Vibration, dass alles runter geht von der Kamera. Je hartnäckiger das ist, desto schwerer funktioniert es, die Kamera selbst zu machen. Jetzt ist es natürlich blöd, wenn die Kamera das nicht hinkriegt und man nichts dabei hat. Deswegen würde ich auf jeden Fall immer einen Blase-Balk empfehlen. Und dazu benutzt man dann die manuelle Reinigungsfunktion, was dann geschieht ist, dass der Verschluss aufgeht und der Sensor zu sehen ist. Jetzt darf man die Kamera nicht nach oben halten, dass der ganze Staub runter kommt, sondern man hält die Kamera kopfüber quasi, dass der Sensor auf dem Boden zeigt. Nimmt diesen Blase-Balk und pustet dann einfach da rein. Also nicht mit dem Mund, sondern mit dem Blase-Balk bitte nicht mit dem Mund. Nicht, dass ich Ärger kriege, ich habe euch einen Quatsch erzählt, sondern mit dem Blase-Balk ein bisschen weggehen und einfach pushen. Also dieses Ding drücken, sodass alles da einfach rausgeht und hoffentlich, dass so dieser Sensor-Staub auch rausgeht. Und auch einfach für das Objektiv, Reinigungssachen, Objektivreiniger, also jetzt keine Chemikalien, sondern was Hochwertiges, was ihr auch auf Amazon findet. Reinigungsmittel, auch so eine leichte Flüssigkeit mit dem richtigen Tuch, also nicht einfach das Brillputztuch nehmen vom Edeka, Rewe, was weiß ich, sondern ein hochwertiges Objektivputztuch. Es gibt auch diese Stifte, diese Pants, die vorne einmal so ein besenartiges, also diese Fäden haben und auf der Rückseite dann so ein Sensor, nicht Sensor-Cleaner, sondern ein Objektivreiniger, das dann mehr so filzartig ist. Diese Stifte sind auch genial, diese 2-in-1-Dinger und dann noch den Blase-Balk dazu und dann ist man da gut, ja, wie sagt man, gut vorbereitet für solche Fälle und es lohnt sich auf jeden Fall Cleaning oder sauber, sauber Reinigungssachen dabei zu haben. Das unbedingt, unbedingt noch, ja, einpacken. Was mir noch einfällt, was ich vorhin noch sagen wollte bei den Speicherkarten, also wenn man unterwegs ist, ist es natürlich mit dem Backup ein bisschen schwer, deswegen habe ich das auch irgendwie ein bisschen vergessen. Aber jetzt nochmal an diese Stelle zurück, natürlich macht es Sinn, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, je nachdem wie aufwendig es ist, einen kleinen Laptop mitzunehmen. Es gibt ja diese Netbooks, die einfach nur zum Bilder übertragen, dass man sich eine Speicherkarte und eine externe Festplatte mitnimmt mit einem Terabyte oder 500 Gigabyte, je nachdem, was man halt hat, um die Bilder dann gleich zu übertragen. Auf langen Reisen macht es absolut Sinn, wenn man dann mal mehr fotografiert, ja, wenn man ein paar Wochen unterwegs ist und die Speicherkarten nicht ausreichen und vor allem ist es gut, einfach die Daten doppelt zu haben, die Bilder doppelt zu haben, dass in jeder, egal was für einem Fall, dass du auf eine Quelle zugreifen kannst, ja. So ist es dann auch nicht schlimm, wenn eine Speicherkarte versagt, weil du hast immer noch dein Backup dabei. Deswegen ein Netbook, ein kleines, also nicht Mac, sondern ein Netbook, also ein kleines Windows-Gerät, gibt es bestimmt auch von Apple, keine Ahnung. Ich bin kein Apple-Fan, aber auf jeden Fall, genau, macht es Sinn, sowas mitzunehmen, eine externe Festplatte mitnehmen und dann ist man da auf der ganz sicheren Seite. Ganz oft habe ich einfach so das mulmige Gefühl, wenn was passiert und das sind halt Erinnerungen und die kann man nicht zurückholen. Wenn sie weg sind, sind sie weg und diese Momente wieder aufnehmen zu lassen, das geht halt leider nicht. Deswegen bin ich sehr, sehr extrem, was mein Backup-System angeht und achte da sehr, sehr drauf. Wo tun wir jetzt diese ganzen Sachen rein, die wir gerade besprochen haben? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Man kann einfach einen Rucksack nehmen, der nichts drin hat und einfach das Zeug reinschmeißen, was nicht so gut für das Equipment ist, weil es dann die ganze Zeit gegeneinander stößt. Ich würde empfehlen, dass man sich einen Fotorucksack kauft. Die gibt es schon ganz günstig ab 60 Euro in guter Qualität. Da habe ich einen von Billora. Ich glaube, so heißt die Marke. Findet ihr dann auch in den Shownotes, die ganzen Sachen, wie gesagt, die ich erwähne. Auf dem, in der Videobeschreibung beim YouTube-Video zu diesem Podcast. Und genau, die gibt es schon echt günstig. Und die haben dann verschiedene Fächer, wo man die Kamera, wo man die Objektive reintun kann, wo man die Kamera reintun kann, Speicherkarten und so ist alles sortiert. Und so ist es auch im richtigen Moment, wenn es dann drauf einkommt, weißt du sofort, wo alles ist. Dann weißt du, okay, hier sind meine Speicherkarten, ich muss schnell die Speicherkarte wechseln, hier ist der Akku. Und wenn man aber nur eine normale Tasche hat und alles da reinschmeißt, dann ist es so, okay, Kruschen, Kruschen, Kruschen. Oh Mann, der Bär ist jetzt weg. Oder je nachdem, was man dann gerade in diesem Moment gesehen hat und fotografieren wollte und es nicht ging. Und deswegen ist es gut, so einen Rucksack zu haben. Als ich aber jetzt in Peru war, habe ich mir vorher noch eine Domketasche, eine Umhängetasche gekauft, weil mir das ganz recht so war, wie ich vorher von Freundinnen gehört habe und von der Freundin, die dort ist. Die meinte zu mir, hey, Pau, pass auf deine Fotosachen auf und Rucksack würde ich dir eher nicht empfehlen. Deswegen habe ich mir diese Umhängetasche gekauft und die ist auch in verschiedene Fächer unterteilt und die hält einfach bombenfest. Das Ding hat so eine mega gute Qualität, der Stoff ist fest. Ich hatte da, keine Ahnung, wahrscheinlich 30 Kilo an Equipment gefühlt da drin und die Tasche hat keinen einzigen, keine Nahtes aufgegangen. Also richtig, richtig gut. Kostet dann vielleicht 220 Euro hat sie gekostet, aber das war sehr, sehr gut investiert. Ich hatte die Tasche immer an meiner Seite und hatte sie immer fest im Blick und so konnte mir niemand irgendwas klauen. Also ich bin mit allem nach Hause gekommen, was ich mitgenommen habe, um das so zu sagen. Und ich habe schon noch eine andere gehört, denen die Kamera geklaut wurde am ersten Tag. Zum Glück waren da noch keine Bilder drauf, aber trotzdem ist die Kamera weg und das ist natürlich doof. Deswegen da aufpassen, je nachdem, in welches Land ihr geht. Südamerika ist einfach eine gefährliche Gegend. Da herrscht halt große Armut. Und die Leute müssen dann halt schauen, wie sie über die Runden kommen und dann sind das halt die Optionen für sie. Und man kann jetzt über Verständnis reden, aber das ist eine andere Sache. Aber genau, man muss einfach auf sein Zeug aufpassen, sonst ist es weg, ganz klar. Genau, das ist so das Technische, was ich mitnehme, was das Fotografie-Technische betrifft. Wenn ich auch noch filme, dann nehme ich meinen Rode-Mic mit. Aber das sind ja mehr so Luxussachen oder mein Zoom-H4N, um coole Tonaufnahmen auszunehmen. Aber das ist dann wieder Video und nochmal eine andere Sache und mehr so, ja, eine Spielerei, als das ist wirklich was ist. Je nachdem, für was man das macht. Genau, dann möchte ich über die Klamotten reden oder, ah nein, weil ich gerade an die Klamotten und an Regen gedacht habe, fällt mir noch ein, eine Regenhaube für eure Kamera. Super, genial, habe ich mir vor Peru geholt, weil ich gehört habe, dass zu der Zeit, wo ich hinfliegen werde, Regenzeit ist. Und diese Regenhaube habe ich mir geholt, die war super. Ich habe sie zwar wirklich nur zwei oder dreimal gebraucht in zwei Wochen, worüber ich auch glücklich war. Aber es war gut, sie zu haben, weil in den Momenten, wo es darauf ankam, war sie sicher. Die Kamera war gut verpackt und ist nicht nass geworden. Alles war in Ordnung und ich konnte trotzdem meine Fotos machen. Man muss nicht sagen, okay, nein, es regnet, ich mache jetzt keine Fotos, weil da sind auch echt coole Fotos entstanden. Und deswegen würde ich so eine Regenhaube dringend empfehlen, wenn man in so ein Land fliegt. Oder wenn man sie sowieso einfach immer hat, dann ist man halt immer auf der sicheren Seite. Genau. So, dann jetzt wirklich zu den Klamotten oder zu den anderen Sachen, die man mitnehmen sollte oder worauf man achten sollte. Ganz klar, eine Regenjacke. Wenn man die Regenjacke für die Kamera hat, sollte man selbst auch eine haben. Eine richtig schön, dichte, da auch wirklich an Qualität nicht sparen. Das ist einfach ärgerlich, wenn man total nass wird. Ich hatte das schon. Ich hatte dann so eine günstige, was weiß ich, was war das, H&M Regenjacke dabei, ganz ehrlich. Und das war einfach so kalt und nass. Und dann macht das Fotografieren keinen Spaß mehr. Und man hat keine Lust und lässt sich vieles, vieles entgehen. Deswegen da einfach ein gutes Set mal kaufen und sagen, hey, das sind meine Reiseklamotten und die sind zwar teuer gewesen, aber sie sind gut in der Qualität und ich kann mich auf sie verlassen. Das gleiche gilt auch für Schuhe, Wanderschuhe, keine Sneaker mitnehmen oder so, wenn man wandern geht vor allem. Oder irgendwelche Doc Martens, wie ich sie in Island gemacht habe. Ja, Doc Martens, sie sind ja stabil und so. Aber die sind nicht so wasserdicht. Da ist eine Menge, Menge Wasser in diese Schuhe gelaufen. Was mir dann irgendwie auch wurscht war, weil ich wollte einfach nur die Fotos haben. Aber trotzdem war das unangenehm. Und ich werde mir vor meiner nächsten Reise ordentliche Schuhe kaufen. In Kanada vor ein paar Jahren hatte ich dann auch Gummistiefel. Die waren genial. Da konnte ich durch jede Matschpfütze laufen. Da haben wir auch so einen Hike gemacht, wo wir zu so einem abgestürzten Flugzeugkrater gegangen sind. Und das war einfach ein Sumpfgebiet, bis wir da waren. Und Regenstiefel zu haben, war einfach göttlich, muss ich sagen. Einfach so rein stampfen und es fühlt sich gut an. Und wenn man diese Sachen dabei hat. Wie gesagt, das fügt alles immer ein bisschen mehr Gewicht hinzu, je mehr man mitnimmt. Aber je wichtiger das einem ist, desto mehr ist man dazu bereit, diese Sachen alle mitzunehmen. Und es ist es auch absolut wert. Absolut wert. Ich würde an diesen Sachen wirklich nichts ändern und nicht sparen. Also nicht über das Gewicht nachdenken. Vor allem, es ist ein gutes Workout. Da kommt man zu Hause zurück, ist ein bisschen erschöpft. Aber man hat auch was getan im Urlaub. War nicht nur faul und hat hier den Bauch wachsen lassen. Nein, man hat sich wirklich auch ein bisschen angestrengt. Und genau. Aber es kommt natürlich darauf an, was ihr für Reisende seid. Wenn ihr die Mallorca-Reisenden seid, die auch mal knipsen wollen und einfach gute Fotos machen möchten, dann hat man wahrscheinlich keine Lust, dieses ganze Zeug mitzuschleppen. Aber wenn ihr wirklich coole Fotos machen wollt und immer auf der sicheren Seite sein wollt, dass ihr wirklich den Shot bekommt, den ihr haben möchtet, dann sind diese Sachen absolut wichtig. Je nachdem, in welcher Jahreszeit ihr eure Reise macht, kommt dann natürlich auch noch die Frage dazu, was man tatsächlich braucht. Zum Beispiel im Winter, als ich in Kanada war, bei minus 20 Grad, wollten wir eine Timelapse machen, Kumpel Brian und ich. Und ich hatte meine Handschuhe dabei. Die waren schon, ja, okay, aber bei minus 20 Grad, dann sind Handschuhe auch nicht mehr so der Oberhammer. Deswegen würde ich euch empfehlen, Handwärme mitzunehmen. Es gibt ja in diesem Euroshop diese Knickteile. Nehmt euch da einfach ein paar mit. Oder es gibt auch eine andere Variante. Das sind so Stoffe, die kann man in den Skiläden kaufen. So einen Stoff, den drückst du dann und kannst ihn in den Handschuh reinschieben. und hast dann einfach, ja, eine warme Hand durchgehend. Und dann kannst du mal 20 Minuten dastehen und eine mega coole Timelapse machen von den Sternen und musst dir das nicht entgehen lassen. Aber wenn du nur die Handschuhe hast, die, ja, schnell die Kälte irgendwie durchlassen, bei so krassen Temperaturen, dann macht das Fotografieren keinen Spaß mehr und man ist nach 10 Minuten wieder im Haus und kann die Sterne von drinnen beobachten, aber keine coolen Fotos machen. Deswegen unbedingt Handwärmer, warme Klamotten natürlich, wenn man im Winter reist, ganz, ganz warme Klamotten. Das sind so, ja, selbstverständliche Sachen, aber man muss es immer erwähnen, weil man sich denkt, ja, passt schon, das wird schon passen. Wirklich drauf achten, dass man da wirklich gute Sachen hat, weil man darf das nicht unterschätzen und man darf nicht sagen, okay, ich gehe ja nur 5 Minuten raus. Weil manchmal braucht man einfach länger, um ein Foto zu machen. Und deswegen nicht, ich war an diesen Sachen, immer schön alles mitnehmen und immer schön vorbereitet sein. Genau, das war es. So viel dazu. Und ja, das sind so die Dinge, die ich beachte, beziehungsweise wie ich das mache, wenn ich mich auf eine Reise vorbereite und wie es dann tatsächlich auf der Reise ist. Ich schleppe das ganze Zeug mit mir in meiner Tasche, in meiner Umhängetasche momentan immer mit. Und ja, ist alles in Ordnung, immer alles in Ordnung gewesen. Und wie gesagt, ist ein bisschen Gewicht immer dabei, aber man ist immer glücklich, dass man alles organisiert hat und alles immer griffbereit. Ich hatte schon Momente, wo die Kamera ausgefallen ist und gerade, hey, dieses eine Motiv, das in circa 10 Sekunden verschwindet und dadurch, dass es dann organisiert war, zum Beispiel in einer Tasche, hatte ich das, zack, alles geändert, schnell ein Gift tauscht und das Foto gemacht und war glücklich, dass ich es hatte. Deswegen da, top, ja. Und genau. Zum Reisen selbst werde ich natürlich in einem anderen Podcast mal gerne ausführlicher erzählen, weil dieser wird sonst auch schon zu lang und wer hat schon heutzutage die Zeit, ewig so einen Podcast anzuhören. Deswegen möchte ich ihn auch an dieser Stelle beenden und mich von euch verabschieden. Es macht echt Spaß, diesen Podcast zu machen und einfach zu erzählen. Und ich hoffe, ihr könnt was davon mitnehmen und findet da Inspiration und Ideen drinnen. Könnt mir auch gerne mal noch eine Nachricht schreiben oder einen Kommentar schreiben, wo auch immer. YouTube, Facebook, Instagram, überall, ja. Wenn ihr da noch spezifische Fragen habt, dann komme ich da gerne auf euch zu und helfe euch natürlich gerne. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr dabei seid und freue mich, wenn ihr auch wieder nächste Woche Samstag dabei seid. Nächste Woche Samstagmorgen, wie auch diese Woche, wird es einen neuen Podcast geben. Das genaue Thema, das erfahrt ihr im Laufe der Woche. Haltet euch einfach auf dem Laufenden. Denn ich bin, wie gesagt, auf YouTube gut aktiv und in ganzen Social-Media-Kanälen und ihr findet immer einen Weg zu mir. Und ich freue mich einfach, diese Unterhaltung immer mit euch zu haben in den Kommentaren oder was ihr auch immer schreibt. Ja, hey, wie meintest du denn das und das? Und das mache ich auch so. Und wenn ich dann auch sowas höre, dass ihr das auf dieselbe Art und Weise macht, dann ist es natürlich auch cool, weil wenn ihr denkt, okay, ja, dann mache ich ja auch was richtig und so. Und genau, auf jeden Fall macht es Spaß. Ich freue mich schon auf die ganzen kommenden Episoden und die ganzen kommenden Folgen. Und wenn ihr auch selbst Fragen habt, die ich im Podcast beantworten soll, dann schreibt mir das gerne. Und das mache ich natürlich dann auch, die ich dann im Podcast intensiver behandle. Und so kann ich euch natürlich auch dann direkt irgendwie Tipps geben. Genau. Dann, danke schön fürs Zuhören. Freue mich auf nächsten Samstag. Nicht vergessen, Lernfoto und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020